hallo leute ja recht herzlich willkommen auf dem kanal wir sind hier unterwegs um den barkeeper den tiny dann gleich in die grenze zu weisen der will uns nämlich angreifen und wir müssen schauen wie wir damit klarkommen aber das machen wir alles nach dem logo und dann auf dem großbildschirm würde ich sagen bis gleich so jetzt müssen wir noch unsere basis wieder finden das ist ja auch wieder gut geklappt hier da ist ja da müssen wir mal gucken wie wir das handhaben weiß ich auch noch nicht die sind ja noch was am machen und der typ der ist noch da hinten und schwierig kampfmodus schießen erlaubt wir haben revolver also schießen ist erlaubt soll mal dahin gehen zweite person kampfmodus soll mal dahin gehen dritte person kampfmodus soll mal dahin gehen da das immer weiter laufen und dann mal gucken ob er sich dann mal auf dem weg zu uns macht weiß ich ja noch nicht naja er kommt schon wir werden sehen was weiter geht er ist noch nicht da jetzt langsam schleicht sich an tiny tiny die drei sind schon mal in deckung das page passt schon wo ist er da unten ist er noch macht noch irgendwelche anstalten aber der hat eine morgenstern ist das glaube den er mit hat ne ist jetzt nix tolles ne keule aus granit 22 32 prozent ja jetzt ist die frage wie lange dauert das ne also zwei einmal gewehr einmal längens und einmal nahkampf messer wie lange dauert das denn bis der da ist gesundheit ist zufrieden herumtreiber merke ich gerade dass er sich herumtreibt vielleicht sollte er uns jetzt mal langsam triggern hier oder wir gehen dahin aber keine deckung das auch nicht gut kommt er jetzt langsam an wir müssen strom und sowas noch machen ja lernhilfe verderblichkeit und kühlräume denn meistens mit dem relativ kurzer zeit um das zu finden kannst du deinen kühlraum bauen baue einen raum der komplett von wänden umgeben ist und installiere ein oder zwei kühlräte in den wänden stellte temperatur in dieser kühlräte auf einen negativen wert ein tiefgefroren im links können nicht verderben ok aber dann mal überlegen aber wäre schön wenn er hier auch mal langsam kommt so lange kann es ja jetzt wohl nicht mehr dauern oder jetzt was anderes zu machen macht aber jetzt keinen sinn glaube er starten ihren angraf jetzt sind wir ja mal ganz gespannt da kommen das fault hier noch mit wo jetzt macht er schnell so jetzt mal gucken was wir hier so hinkriegen schießen ist natürlich nicht unsere stärke sehe ich gerade oder doch ok der reibt auch noch einen hund an oder was und erledigt tot so wunderbar das vorbei das vorbei und das vorbei und dann müssen wir hier gucken körper repetiergewehr schmerzen hat er keine mehr ne ist klar inventar ausrüstung kleidung wo ist er denn ach so der bringt den schon hier woanders noch hin ne ach so der ist jetzt da hingekommen heute mal zack machen wir Pause gerade ich muss das erstmal langsam hier machen kratze aber auch drüber fote bis aber dort die wird zähne ok abgeschlossen frisch abgeschossen zerstört herz schuss revolver ok im volltreffer das war jetzt körper oder ja die bio sagt das jetzt hier industrieweisen kind war ein barkeeper nudist ok gut dass der hier nicht geblieben ist bergbeuter gekonnt und sozial ok stich wucht hitze mir noch nichts an der ist halt nudist na wo ist die keule geblieben wahrscheinlich weg na ja dann würde ich sagen müssen wir mal gucken dass wir jetzt die keule ist hier kann man freigeben erlauben dann würde ich jetzt sagen müssen wir nur gucken dass wir irgendwo eine grabstätte jetzt hinkriegen weil den möchte jetzt keiner hier so lebend liegen haben oder Hase ok ach der wird gezähmt auch sehr schön so Arbeit ne Arbeit nicht Architektur äh entspannend Temperatur Möbel läuft das unter Möbelbürel Schlafplatz ne da ist jetzt nichts mit Schlafplatz Strukturen ist das auch nicht Zone Abfallzone Dach bauen erweitern Produktion ne wo finde ich denn jetzt hier diverses vielleicht Grab machen genau Grab machen wir mal hier ja wohin und bleibt in der Arbeit 14 genau da unten soll er mal weit weit weg sein und da ist das schon mal gut oder aber die drei sind bestimmt am pennen gerade ja so sieht es aus was liegt jetzt hier rum Holz und Beeren ok Arbeitsgeschwindigkeit vorher läuft alle schlafen so und dann ist auch der nächste Weg eigentlich einen Kühlschrank zu machen ne wird sich das hier eigentlich anbieten weil da könnte man dann Dingens machen den den Kühleinheit hin machen aber Strom brauchen wir auch noch wiederhole bis du X hast und 6 steht da ok was ist das Bauteile ok die Keule Keule aus Granit 32% ich weiß jetzt gar nicht unsere wir haben eine Person die hat nur ein Messer ne wir haben Revolver Messer aus Plastahl eines der ältesten Objekte die der Mensch gestellt hat das Messer in eine Form angenommen hat zeige Informationen an 3 Punkte 200 als Marktwert 285 weil es aus Plastahl ist wahrscheinlich Herstellungsaufwand Attraktivität Verkaufspreis Faktor 20 Zerfallsrate 2 pro Tag 9 Nahkampfschaden sozusagen kann 19 durchdringen und was macht unsere Keule hier ok der hat nur 4,8 und naja das ist das gleiche das heißt die Keule hat nicht keinen Wert in dem Sinne kann man höchstens verkaufen ne ach hier kann nicht weiter gebaut werden naja ok da sind erstmal noch zwei Felder und dann kann er nicht weiter gebaut werden weil ein Stein abkauen fehlt deswegen wird er ja nicht weiter reingebaut dann hier haben wir Steinmetztisch aus Holz Aufgabe hinzufügen Erzeugnisse 20 Kalkstein Blöcke herstellen Schiefer Blöcke herstellen Marmor Blöcke herstellen ob ich denn die Zutaten dafür muss ich sehen aber oh das ist zuviel 40 reicht schon und da müssen wir mal gucken wie wir unsere Umrandung hier uns einfrieden ne ok das Häschen was wir jetzt sehen wollen das ist noch da unterwegs wo ist die Uhrzeit keine Forschung draußen müssen wir mal schneller bis der Tag rum ist noch schneller jetzt wird's hell ok da wird gekocht das ist schon mal gut es gibt was zu essen wir werden nicht verhungern die anderen pennen noch das Frühaufsteher hier der frühe Vogel brät das Essen aber das war nur eine Nahrung mehr nicht wie ist das Holz hier gute Frage sie räumt es auch schon weg aber wir haben auch gar keinen Tisch zum Essen das ist das nächste was wir vielleicht bräuchten was macht Page Shots gute Frage ne ah holt erstmal die Keule rein damit die Gegner auf jeden Fall nicht das Ding haben das ist auch schon mal gut was haben wir denn hier eine Hose aus Syngarn wie gut ist denn das Ding Trefferpunkt 119 Marktwert Syngarn Kleidung Zelt als Kleidung für Nudist Schicht Haut linkes Bein, rechtes Bein verdeckt ok Rüstung Schnitt 18,8 Rüstung Wucht 5,2 Rüstung Hitze 18 Isolierte Kälte keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist was haben die denn hier an Inventar ah die haben alle das gleiche wahrscheinlich an so Hund schläft immer noch ne Hund wird Hund ist verletzt Prellung durch Keule, Prellung Mensch Faust, Prellung Keule ok das wird der Hund dann wohl überleben denke ich mal der kann sich dann da weiter erholen das kriegen wir schon hin hier sind nur zwei wo ist die dritte Person am Grab ausheben Grab Baustelle ok verbleibende Arbeit noch 14 Sieht ja erstmal gut aus dass da schon was passiert ist ne oh hier wird sauber gemacht das Blut wird entfernt krass er hätte jetzt nicht mit gerechnet hier ist auch noch was ja wird auch weg gemacht Zerfall von Objekten ja er hier wahrscheinlich ne und jetzt hier ihn auch sauber machen alles klar ok jetzt müssen wir nur gucken dass dann einer die Grabstätte fertig macht oder abbrechen 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 ok da wird noch gebaut wo ist denn jetzt die dritte Person da ah da wird Hufeisen geworfen ok das ist schon mal gut entspannt sich sozial schaut den Wolken zu auch sehr geil Hufeisen werfen hmmm interessant aber wäre schön wenn einer jetzt das Grab vielleicht weitermacht was war das jetzt für ein Gedankengang wandert umher dem gerade nichts zu tun ne habe ich eigentlich die Arbeit hier zugewiesen passend wahrscheinlich nicht ne wir haben alles so angekreuzt das müssen wir alle jetzt irgendwie so mit Einsen machen und so ne aber das geht gar nicht kann nur an und aus machen weiß ich jetzt auch nicht forschen wird nicht getan dann machen wir hier nochmal drei Stunden entspannen können sie hier vorm schlafen gehen Mittagspause dann machen wir hier eine Mittagspause ist das Stunde ja ist eine Stunde ne dann machen wir da alles wie weit ist das Grab hat das schon einer beendet ok ist auch schon beerdigt worden alles ist gut sehr gut sehr gut Peige Peige was ist das hier Eichhörnchen auch tot naja ist ja erstmal was ne er baut hier glaube ich jetzt den Dingens sag schon den Weg da warte mal hier ist verletzt ne Körper war das wo ich glaube drauf musste ja ich glaube das generiert sich da war vorhin schon mal was mit 87 er ist wahrscheinlich nicht der schnellste damit ne jetzt müssten wir mal gucken was wir sonst noch so machen können ne Forschung was haben wir denn noch für Optionen hier ach so hier unten ist der Balken ach hier irgendwie habe ich irgendwann gesehen sterile Materialien sind ganz wichtig ne damit man Verband machen kann und so ne falls mal einer verletzt ist ne und dann machen wir das mal auf forschen das haben wir nämlich immer noch nicht gemacht wohl Quests gibt's keine Weltkarte sieht so aus wir sind da unten auf der Insel gut hier wird geforscht ok hier hatten wir jetzt hier gesagt äh bau mal einer hier irgendwelche Granitklötze oder liebe hier Steinklötze herstellen ich glaube da ist noch nicht einer passiert oder vielleicht haben wir kein Baumaterial weiß ich nicht ah hier ist jetzt schon mal weiter gemacht worden ne das dauert natürlich ewig so gefühlt ne wir machen mal auf Stufe 2 hier gerade Architektur Diverses ne war es nicht Produktion auch nicht Strukturen Möbel Achso Strom Wollten wir mal vielleicht gucken Holzbetriebener Generator Windturbine Vielleicht sollte ich den mal als erstes hier hin bauen Ich bau den mal da hin Keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist Forschung läuft Hier passiert nix Hier müssen wir mal mehr Essen machen irgendwie oder Ein Ohr frisches vegetarisches Tierproduktion Was heißt das hier für ein Insektengelee wollen wir nicht Hafenfleisch kannst du alles nehmen bis auf Insektenfleisch und Menschenfleisch Das wäre jetzt auch Kannibalismus den wir vielleicht hier gar nicht haben Wenig Nahrung ja genau deswegen will ich ja auch dass ihr hier was produziert Machen wir mal das Machen wir mal das Müssten wir eigentlich schauen Was machen hier unsere Kartoffelpflanzen 23% gewachsen Hier auf dem dunklen hatten wir schon ausgewählt Das passt eigentlich ne Was hat er jetzt da gerade für einen Handschuh gehabt Was ist das hier das Essen ne 10 Überlebensrationen Große Stähle aus kann etwas das Lange Stähle aus Kalkstein Lange Stähle aus Kalkstein Ja Wie weit ist die Forschung Kann man hier nicht sehen Muss man den Forschungsbaum Ach hier ist der Balken schon zu sehen Das wird ewig dauern Jetzt gehen sie aber erstmal schlafen Die meisten Was macht unser Hund Wie weit ist der Hier mit dem Körper Ok 93 93 86 Ich glaube das war alles weniger Das ist schon mal gut Jetzt pennen sie erstmal Und dann würde ich auch sagen Wir haben hier auch erst einen Cut Ich bedanke mich recht herzlich Fürs Zuschauen Würde mich freuen wir Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Falls ihr noch kein Abo habt macht eins Falls euch die Folge gefallen hat Gebt einen Daumen hoch Macht euch die Glocke an Dann kriegt ihr mit Wer das nächste Video lade Gerne Kommentar schreiben Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann Ciao Ciao